Dass die Leute nie runterscrollen, um zu lesen. Das ist unglaublich. Da macht man sich die Mühe und schreibt extra wunderschöne Texte. Grammatikalisch total korrekt. Und das liest kein Schwein. Ist ja, ist ja unerhört hier. Das ist ja widerhaft. Ist das wie das Spiel Super Smash Brothers? Nein, überhaupt nicht. Nein. Komm mal, sie haben da überhaupt keinen Vorteil, um zu stehen. Sie verlecken trotzdem. Die Arena fliegt auseinander und... Du musst überleben. Der letzte, der überlebt hat, gewonnen. Kann man sich auch boxen und alles. Nein. Wieso heißt es dann so? Man... Weil die Märzer smashed wird, alter. Was? Shitty Shitty Francais? Oder was hat er grad gesagt? Was? Was? Shitty Fog? Shitty Fog? Shitty Fog? Hat er grad gesagt, Shitty Shitty Francais? Oder wie? Ich weiß. Shitty Francais. Shitty Francais. Shitty Francais. Wee, wee, wee. Wee, wee. Wee, wee. The Baguette. Yeah, 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 yeah. Torben. Ah, mein Mann. Le Baguette. Mano. I feel Turm. I feel Turm. I feel time. I feel Turm. Ok. Okay Oh, ich glaube hier ist ganz gut Gut? Oder auch nicht Oh, es ist so gut Es ist so gut Der Modus ist so sinnlos, aber er ist so gut Oh, oh, shit Alter Die Welt bricht zusammen Wir sind Almighty Piss dich Sie fetzen, komm her Komm her Was? Denkst du das heftig, nur weil du über mir bist du das? Was? 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 Denkst du das hier in Engel, oder was? Spass Ja, mein Kind Wir gehen mal wieder ein bisschen runter hier, ne? Jetzt bin ich nicht in Ordnung Gar nicht Hä? 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 Wo? Woah Oh Ha ha Jetzt wirst du getroffen Bitte direkt Niemals Oh, shit Oh! Oh, wir sind zuerst gestoppt Draw! Wir sind gleichzeitig gestoppt Erstmal Gesicht meets Ecke DONG 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 Ich habe recht, ich den Penis hier hinten, Alter. Das ist jetzt mein langer Schlager, Alter. Sag mal, du! Du, Bruno! Da kam die Klatsche. Du, kleine Puff am Malibu, hatte eine im Fußballschuh. Was geht bei dir? Jetzt frag ich mich grad, bei dir? Was ist? Der Song ist lustig. Ich kenn den gar nicht. Ich hab bei Spotify einfach so Kinderlieder gehört. Kinderlieder? Und dieser Song ist krass. Ja, bei Eisern braucht man mal was Lustiges. Wenn man so... Bei den melodramatischen Death Metal braucht man mal Kinderlieder, zwischendurch. Die kleine Puff am Malibu. Ey, ohne Scheiß, One Punch Manage. Beste Anime, ey, ohne. Ich hab ihn hier grad zum Beispiel Laptop-Pintergrund, Handy-Hintergrund, Profilbild. Poster mit Knutschflecken drauf. Daneben Coop-Poster. Ey, die Knutschflecken waren da nicht drauf, als er das gekauft hat. Ne, die waren nicht drauf, als er das gekauft hat. Ne, die waren nicht drauf, als er das gekauft hat. Stimmt, davor hat's ja Manu gehört. Ja, aber da waren's ja noch nicht drauf, weil das von ihm gekauft hat. Bei mir waren weiße Flecken drauf. Vollmilch. Vollmilchflecken. 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 Und er ruft die Mutter nur so, Wo ist mein Lippenstift? Wo ist mein Lippenstift? Wo ist mein Lippenstift? Holy moly. Das kennst du nur zu gut, ne? Ich bin in deinem... Wo ist mein Lippenstift? Äh, Lippenstift? Ja. Stippenlöw. Das ist ja genau so, wie Manu steht auf Metterschlinge. Ja... Stippenlöw. Und auf Hubschrabschrabsdinger. Hubschrabschrabs. Das hat mein Neb immer gesagt, weil der Hubschrauber nicht aussprechen konnte. Ich habe Fickerling gesagt. Fickerling! Oh Mann, man guckt man! Fickerling! Send den Kleidinfo, sag mal, Ich kann nicht mehr, Alter. Fickerling. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet.